Oh, viel Anlauf! Und dann... Gehen wir erstmal hier runter? Was schnell reingeht, geht auch schnell wieder raus. In diesem Fall... Ey, wenn das funktioniert! Wui! Es hat funktioniert! Nein, bin ich eigentlich gar nicht! Wieso gehst du nicht auf? Warum seid ihr alle verflossen? Ist irgendwas auf der anderen Seite? Wow, Chicken läuft mal nicht blind durch die Welt. Ich habe irgendwie einen Verlangen, da aufs Dach zu springen. Ich weiß nicht woher dieses Verlangen kommt, aber es ist da! Kann ich vielleicht über die Buchstaben springen? Ist da auch irgendwas? Das Licht blendet mich. Danger! Ja! Ja! Jetzt bin ich zu zweit! Wieso sehe ich eigentlich mich nur von hinten? Ich will unsere Protagonistin auch mal von vorne sehen. Wieso sehe ich eigentlich mich nur von hinten? Das ist schon mal nicht aufgegangen! Sophie steht fest! Was ist das noch für die Gille? Das ist noch für die Gille! Wieso? Hätte ich da oben hin sollen! Und uns dann, keine Ahnung, irgendwas machen! Ja, da müsst ihr mir das auch sagen! Nee, das ist ja oben! Hä? Ja, ich habe es gemacht! Und jetzt? Ich kann es auch gerne nochmal machen! Nein, kann ich nicht! Muss ich wieder zurück gehen oder was ist los? Ja, Backtracking! Geh zurück, Chicken! Wir wollen dich hier nicht mehr sehen! Ich wollte schon sagen, ich komme da nie wieder raus! Dann muss ich da Gel hochholen, weil zurück kann ich auch gar nicht! Das war ja so eine Tür, die man auf eine Richtung... raus... ...einer Seite nur öffnen kann! Ah! Hilfe! Muss ich irgendeinen Gel hochholen? Ja! Wie könnte ich hier gehen überhaupt? Fliegt es so weit? Ja! Ja, da oben steht Exit! Es hilft dir aber nicht viel, wenn das Ding da oben nicht aufgeht! Sollte das aufgehen? Wann habe ich zuletzt geladen? Spicers? Vielleicht sollte das ja aufgehen, aus irgendwelchen Gründen! Ja! 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 Okay, ich bin einfach nur blind! Ich habe den... den Schalter übersehen! Ich werde geschlagen! Los! Ich werde geschlagen! Das ist unser... Wirst du mich auch ins Feuer werfen? Ja, genau! Da ganz unten! Jetzt darf ich auch noch runterlaufen! Mr. Virgil oder wie es nun mal heißt! Darf ich dich nicht oben in der Nigel sein? Dann kann ich mir wesens merken! Und langsam fahren wir nach oben! In einem Aufzug, der sich im Kreis dreht! Da will mir wohl jemand Schwindelprobleme bereiten! Ja! Wenn du meinst... Virgil... Ich behaupte jetzt einfach mal, der ist der... Bruder von Nigel! Was sich sein Name so ähnlich anhört! Nigel kann ich mir trotzdem besser merken! Keine versteckten Secrets! Ach verdammt! Was? Was soll das blaue? Ist das ein Kleidungsständer? Ich frage es gar nicht! Keep out! Ich will aber nicht draußen bleiben! Könnte ich theoretisch auf die andere Seite... Hm. Anscheinend nicht. Aber hey! Was soll's! Was soll's! Ein Ladebildschirm! Oder auch nicht! Hauptsache dieses fette Gitter, ne? Der Aufstieg! 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 Wenn's weiter nichts ist! Darf ich nicht doch lieber gegen Drachen kämpfen? Ich mein ja nur... Der Aufstieg! 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 Die ist eigentlich eine Wand, ne? Zeig mir, wie du aussiehst! Verdammt! Du bräuchst hier noch so eine Portalwand. Ach, das ist doch fies. Gemein. Wo soll ich eigentlich hin? Der Raum ist so groß! Ich habe Angst, dass die Röhre auf mich runterfällt. Auf meinen Kopf, ne? Oh, das da hinten scheint keine Portalfläche zu sein. Du hast eine Portalfläche. Ja, du hast eine. Oh, es wird spooky! Spooky! Die alten Geschütztürme! Große Container. Ist da einer dieser gigantischen, menschenfressenden Ratten drinne? Ah, du bist so ein Raketengeschütz. Das Ding, das diese Leuchtwelle abschießt, sodass das die empfängt und irgendwelche Sachen aktiviert. Vorzugsweise Lifte. Das könnte ja eigentlich so eine Art Museum sein. Beste Marktidee ever. Da kann ich nicht hoch. Ja, laufen wir durchs Feuer. Welchen Sinn hat es, dass ich hier hingehe? Da rutsche ich nur runter. Ich muss einen Weg finden. Dieser Weg! Ist nicht einfach, ihn zu finden. Bist du eigentlich auch eine Portalfläche? Ja, da bist du... Ja, da bist du... Ja, da bist du auch eine. Na, dann bin ich auf der anderen Seite des Zaunes. Muss ich irgendwo hinfliehen, da oben mit? Was bist du? Bist du dieser Greifarm, den GLaDOS am Anfang von Portal 2 benutzt hat, um mich zu packen und... Weedley? Routic muss sich erstmal an seinen Namen erinnern.